Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Lords of the Fallen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich, danke erstmal für eure Unterstützung. Wir machen weiter hier in dem wirklich sehr angenehmen Turm, muss man wirklich sagen. Ist sehr angenehm hier. Ist ja gar nicht irgendwie so anstrengend oder so, aber wir kriegen das schon hin. Den lasse ich einfach mal stehen. Wir müssen ja jetzt da runter springen, wahrscheinlich. Ja, die lassen wir einfach mal stehen. So, hier müsste es eigentlich... Au, au, au. Wo ist das? Oh mein Gott! Lass mich hier rein! Lass mich hier rein! Du Sau, ey. Wir haben einfach umgekippt. Schauspieler, du. Okay, den holen wir uns mal nicht, den Checkpoint. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das holen wir auch so hin. Jetzt wollen wir mal ganz kurz schauen, ob hier vielleicht schon irgendwelche Leute warten. Waren wir hier unten schon beim letzten Mal? Ich verliere so ein bisschen die Übersicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht. Da sehe ich doch aber einen. Ja. Ja, komm. Junge, 1100 Schaden. Richtig geil. Komm, komm, komm. Trau dich, trau dich, du Ratte, du. Zack, ey. Was? 1700 Schaden. Junge. Was? Irgendjahr habe ich mir das krasse vorgestellt. Töt ihn! Ist er tot? Nein, er ist tot. Scheiß Gift. Okay. Hm. Hat er mich? Nee, hat er mich nicht. Jetzt hier runter? Nee. Hä? Äh? Das wäre... Jetzt sehe ich hier gerade eine Leit... Ja, hier. Wie legen wir denn die Leite frei? Ist ja irgendwie so ein Hebel oder so. Ich sehe fast gar nichts. Das muss ja irgendwie weg. Das muss ja irgendwie weg, aber... Ach, hier. Hier ist Nebel. Ich sehe fast nichts. Sehr gut. Ich dachte, es wäre einfach easy. Weißt du, einfach mal reingehen... ...schnell den Obermacker-Boss töten... ...und dann ist gut, aber... Nein, 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 nein. Ach, immer noch geil. Er hat aber überlebt. Natürlich hat er überlebt. Ganz knapp hat er überlebt, die Ratte. Er ist tot, er ist tot. Hä? Ich verstehe aber nicht, warum... Warum steht er manchmal auf und manchmal nicht? Ich verstehe nichts. Ich nichts zu verstehen. Ja, geh runter! Geh doch! Oh, hört er wieder auf so... ...schnell zu sein, plötzlich. Das ist eine Falle, glaube ich. Oder? Junge, mach ich Schaden, alter! Ah... ...un munition. Das ist so... Das ist so geil, einfach nur... Ja, ist mir alles so scheißegal, man. Der Doter ist doch... das ist keins von hat die sich aber ganz gut bewegt was ist das denn hier verbessert der banner was ist das denn was habe ich denn hier eigentlich was habe ich denn hier alles eigentlich Kraftstoßpergament verbessert das verfugtes umbrallgräbe was ist das denn eigentlich schaltet panels kann man auch irgendwie lesen was das ist wo muss man das machen wo muss man das hier am Ende ja hier kann man lesen ein bannerwurschwerter dem Anwender und seinen verbündeten erhöhten Schaden schnelle Rausdauerregulation gewährt kann geworfen oder im Boden gesteckt werden der heilt mich was was ist das hier ein Kopf mit Schnittmustern Schnittmustern der beim Aufholz verspringt und einen rachsüchtigen Geist achso das hatten wir ja ja ok dann machen wir das so dann machen wir das so dann machen wir das so dann 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 jetzt muss es bestimmt hier ja hier was ist das für ein Turm schon wieder ganz mal ernsthaft übrigens es kam schon wieder es kam schon wieder ein Patch es kam schon wieder ein Patch es kam schon wieder ein Patch keine Ahnung was sie diesmal verbessert haben oder nicht verbessert haben ich weiß es nicht man weiß es auch ich glaube manchmal wissen sie es selber nicht keine Ahnung mas was ist das auf dem reparerlich Geil! Kann man da runter droppen? Ne, lieber nicht Hier ist ne Leiter Katalist Feuersalze Tannengriffe, ok Das sieht, äh, ziemlich übel aus hätte ich gesagt Ach du scheiß Mann Ach du scheiß Mann Ich weiß, dass Tannengriffe ein bisschen verletzt während der letzte Chat Aber es ist für was er getan hat, dass ich ihn verletze Oh, forget about that Ach du scheiß? Ach du scheiß? Uns Ach, nicht für einen Moment Ich würde nicht ein bisschen verletzen Nicht nur die Kaffee und die Torte Ach, 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 ach Ach, ach Vielleicht auch das Alles klar, mein Gott Ey, da so Kopfüber runtergelassen werden Oh, ja, Baby Wie? Oh, Hügel Gar nicht Haben wir jetzt schon genug für ein weiteres Level? Ich weiß es gar nicht Warte mal, warte mal Ist aber nichts mehr, ne? Wer hat diese Scheiß-Magie-Klummeländer? Das nervt doch wirklich Das ist doch wirklich Also sowas patchen die einfach gar nicht, warte Die kommen wahrscheinlich gar nicht mit den Performance-Patches Die kommen gar nicht hinterher Aber wie gesagt, wir haben ja schon fünf gehabt Ihr habt ja letzte Folge gesehen Was abgegangen ist wieder Musste ich auch ein bisschen teilweise wieder stumm schalten Weil ich mich so unfassbar aufgeregt werde Es ist durchgehend am Rücken gewesen in der letzten Partie Durchgehend Es nimmt halt einfach auch den Spielschwass, ne? Den, äh, den das Spiel auf jeden Fall hat Auf jeden Fall, 100% aber Kann ja nicht sein, dass du das mit fünf, sechs Patches Immer noch nicht hinbekommst Immer noch nicht Da fragst du dich wirklich, in was für einem Zustand ist das Spiel eigentlich auf den Markt gekommen? Wenn es fünf, sechs Patches braucht und es ist immer noch nicht besser What the fuck, Jürgen Einmal what the fuck Was ist da los? Wo kann man das denn nachgucken, ne? Zwei, ja, doch, das müsste doch noch reichen Bis dahin haben wir ja immer zwei gemacht Zurück Achoo, hey, also willst du Bescheid, wa? Das hole ich mir Das hole ich mir, Mensch So Nicht viel labern, machen einfach, okay? Ja, 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 ja Laber, rhabarber, Junge Aber scheiße Gut Gut Jetzt kommt wahrscheinlich Boss Gar nicht einzuschätzen, gegen was der Immune ist Gar nicht einzuschätzen, das mal Ach du Scheiße, Mann Ach du Scheiße, ey Ach du Scheiße, ey Okay Mein Hammer ist bereit, Junge Mein Hammer ist bereit Ich bin ein Zeichen Ja, ich bin ein Zeichen Ich bin ein Zeichen Ich bin ein Zeichen Die Hände Does your blasphemy know no bounds If only it were that easy Brother We have a guest Another sinner I 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 ich muss alles kaputt rollen muss alles kaputt schlagen wie man den immer noch hört wie er sich ausbeischt ja Und als ich willigst den Token der Vergangenheit, so auch ich willigst meine Vergangenheit in Tire. Für ich bin Reborn in der Licht der Eterne Lady und habe mich verletzt, um mich zu bemerken, in den Rangst der Herblichen Servanten, der Hallowed Sentinels. To her and our holy work do I commit my blood, my life, my future and my soul in Radiance, judgment. Okay. Ja, sorry, wie gesagt, ich bin an meiner Story einfach nicht groß. Kann auch nicht mehr viel zu sagen. Aber es ist alles so unnötig, kryptisch wieder erzählt. Es ist, ich weiß nicht. Hey, was geht? This tree grew from a seed into what you see now in a single day. One of Judge Cleric's miracles to edify her disciples. There once hung from it an ancient banner carried into battle long ago by Our Lady herself. A symbol of more virtuous times. And one torn down and disgraced since. Lampbearer, if you should find the pieces of the banner during your journey, bring them to me. I'll mend what's been broken. Carry it with me into the heart of the Empyrean and present it to Judge Cleric as a reminder of what the Hallowed Sentinels once were. I have too much Hallowed Sentinels' blood on my hands to expect or deserve redemption. But I must do what I can for those who can still be saved. I prayed the banner had not been destroyed completely and Our Lady heard me. It's a sign there is still hope. And I don't overlook your part in this, Lampbearer. Perhaps Piatar was right about you after all. In Radiance, Judgement. Hmm. Um. Okay. Yeah. Ein Ring, der einst ein... Aber was bringt denn das? Ich nehme den mit einfach. Erhöht Heiligen Schaden. Verbessert die Balance. Hat auf jeden Fall jetzt ein paar neue Sachen, oder? Ja. Ja. Wir sehen doch bitte an. Oder. Hilf mir! Oh. 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 Ich hab ein bisschen Schiss gehabt, dass ich den aus Versehen abwerfe, ne? Ähm... Okay... Ruckelzuckel, Ruckelzuckel ist ein Feature in dem Game, warum regst du dich auf? Es ist doch richtig geil, deswegen sind wir alle super drauf. Es gehört zum Spiel, es ist ein Feature, was nicht jedes Spiel hat. 15 Patches später, trotzdem ist drauf Verlass. Die Ruckelei wird dich aufhören, auch wenn es noch 10 weitere Patches gibt. Aber wieher du regst dich auf? Dann bist du ein miese Peter und verstehst das Spiel einfach nicht. Nichts! Nice! Ey, guck mal hier, ist doch bestimmt... Erdbeersauce! Erdbeersauce! Das Geräusch ist aber so schrattig... saftig, Junge! Du dreckige Sau, du... Alles kaputt... Alles kaputt rollen... Sogar dieses Auspeitschen die ganze Zeit... Hör doch auf mit der Scheiße, Mensch! Warum soll ich das ja eigentlich öffnen? Es ist ein Short-Kill, aber... Das bringt mir doch nichts, außer dass er mich jetzt abfuckt, wahrscheinlich. Natürlich. Und das ist ein Short-Kill. Das ist ein Short-Kill. Oh, beweg dich! Ach du Scheiße, Alter. Holy shit! Macht der Schaden, ey. Oh, beweg dich! Kannst du die mal bitte anvisieren? Es kann noch nie so schwer sein. Ja! Das ist doch der Zauberer da oben, oder? What? Was soll man dazu sagen? Sag mal, sag das mir bitte! Sag das mir bitte! Reg dich nicht auf, sonst bist du ein kleiner Wiese-Peter und verstehst das Spiel nicht, also spiel es bis zu spät da. Denn vielleicht kommen noch 30 Patches und dann läuft es sicher. Man weiß es nicht genau. Stürm! Ah, Junge, du Drecksauber, ey! Ah! Wo ist dein Lebensleister? Niemand sieht das, ey! Was ist noch so, ja? Ah, du Idiot, du! Dummes Schubschesse! Duber, tut du! Blöd, Mann! Dummesau! Die Gebühr, Junge! Also, Freunde, natürlich, wenn ihr jetzt noch zuhört, ist ja klar, wa? Code-Wort der Folge, Code-Wort der Folge, ich wiederhole, Code-Wort der Folge ist Miesepeter. Und wenn ihr kein Miesepeter sein wollt, dann schreibt das gerne rein. So. In dein Schnauze rein. Was soll diese Ecke, da fragt man sich immer, ist hier irgendwas, ist hier irgendwas? Oh, große Dinge. Wo ist mein Schlag hin? Nobody knows. Mehr schüssiger Ambus. Mehr schüssiger Ambus, das ist bestimmt krass, oder? Hört doch auf, ey! Man kann nicht eine Sekunde in die Welt gucken, ey! Meine Fresse, da! Das ist ein Boss, Junge, da! Das ist ein Boss, Junge! Puh! 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 Wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich schon! Dann sei ja nicht so! Ja komm! Ich bin ready für jeden Boss, den man gesehen hat. was soll das stöhnt denn hier die ganze Zeit so wie gesagt ich hab noch nicht losgelegt ok ach du hältst dich ja was bitch hat die mich gelockt sünder verurteilt das ist doch der Obermacher oder nicht was hab ich denn noch bekommen irgendein Sperr oder sowas Sperr der geheiligten Jägerin Agilität C Strahlen C auch nicht schlecht glaube ich ich hab auch mal Alter das ist aber auch durchdringende Schleier das ist schon das skaliert mit allem krass eigentlich das ist auch ganz krass hier auch restliche Stangenwaffe das skaliert auch mit allem alles auf C das startet mit alles auf C strahlen und soll ich mal in die Richtung gehen ist das eine Bossheit ich weiß gar nicht ehrlich gesagt das ist auch so ja genau das ist auch so ja er lebt ja wieder Ja, er lebt doch. Okay. Zu Seite mit dir, du Pissfleck. Warte, warte, drehen, 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 drehen. Bam! Komm, komm, lauf doch! Bruder, du musst lernen, laufen lernen! Zack, Junge! Zack! Kann man auch wirklich nicht verstehen. Muss man das wirklich von da aus machen? Ich kann es doch greifen von da. Warum geht denn das aber nicht von da? Was hat das jetzt genau gebracht? Gar nichts. Ach, warte, warte, ich verstehe. Wer jagt mich denn? Wer schlägt denn da die ganze Zeit nach mir? Ich verstehe das nicht, ey. Ich bin doch schon in der Welt. Ich bin doch schon in der Welt. Hä? 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 So ist das gemeint. Ist das die Frage? Haha! Oh, ich weiß nicht, was das alles war, aber geil. Ja, genau! Es wollen einfach eins, den drei Gegner, ey. Mein, wirklich, ey. Ich bin so anstrengend. Ist so anstrengend, ey, ne? Ja! Kuck, 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 Kuck! Also weder hast du Unverwundbarkeit während du das machst Noch Hast du irgendeine Reaktionszeit Die du nutzen könntest Also du bist in der Animation Dann greift er erst an Du kannst nichts machen und stirbst während der Animation Weil er dich so insensiert Nicht schlecht, nicht schlecht Hä? Warum wurde denn der nicht Feuerwehrzeuge geben? So So Und wo kommen die Geräusche? Ich verstehe nicht, von wo die Geräusche kommen Was? Wo? Woher? Er konnte mich doch gar nicht mehr sehen Jetzt beim zweiten Schuss Er konnte mich doch gar nicht mehr sehen Beim zweiten Schuss Ich verstehe nicht, warum die so übertreiben Ich verstehe es nicht Ich will das einfach nur noch kurz uptracken Da hinten Ich weiß nicht, was da lag Wo bist du jetzt hin? Kann ja nicht sein, dass ich Wenn ich da lang gehe Erstmal hier 50 Gegner töten muss Damit die mich nicht one-hitten Weißt du? What the fuck What the fuck Junge du Du bist ein mieser Peter Du hast keine Ahnung vom Spiel, Mann Du bist nicht schlecht Ich weiß aber wirklich nicht, was mich hier vorhin getroffen hat Hier gerade eben Was hat mich hier vorhin getroffen? Also wirklich instant, dass der Schaden aus dem Boden kam Was war das? Ich muss nicht verstehen Komm, komm Komm Nein, nicht Du dumme Sau Ich hätte niemals gedacht, dass er mich von da oben trifft Achso, der steht wieder auf seinem normalen Das ist so zum Kotzen, Alter Das ist nicht mehr normal So, jetzt zieh die Scheiße raus, Mann Wir kriegen's hin Wir kriegen's hin Du dumme Boah, Junge Ich würde so am liebsten jedes Wort, was mir jemals eingefallen ist Als Beleihung raushauen Jetzt gerade Jetzt ist halt die Frage Wie komme ich denn jetzt hier Wie kommt das? Yo, 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 yo Ich glaube ich alle an der Popper zu schmatzen, ihr Schweine Gut, okay, alles klar Wir hören jetzt auf Ich hab die Shorts voll Was ist das denn hier? Gut, also Freunde, hier ist Schluss Folge ist aber lang genug Wir haben zwei Bosse besiegt Ich glaube zwei Bosse Ist eigentlich ganz gut auch vorangekommen, würde ich sagen Ähm Ja War doch ganz gut So, also Bis zum nächsten Mal Und haut mal ein Like raus Was ist denn da los? Die letzte Folge Was ist denn da los? Habt ihr keinen Bock mehr? Also Krass Häftig Müsst ihr wissen Müsst ihr wissen So, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal